Hallo zusammen, Ei Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wo Flüsse schlafen, anzunehmen bei Bavnak aus dem Schilf. Auf den Ebenen von Onava, an dieser Position, ist eine wiederfüllbare Quest. Und wir sollen jetzt duftende Blüten finden und Schlickflossenbeutel. Mal schauen, wo es die zu finden gibt. Begebe mich nun möglichst flott ins Questgebiet. Aha, vom Salamand, der Schlickfloss, kann es diesen Schlickflossenbeutel geben. Okay, dann finden wir hier im Questgebiet ein paar Mobs. Ihr wisst es, zwei Questgebiete. Vermutlich gibt es in einem diese Beutel und im anderen die duftenden Blüten. Mal schauen. Dürftende Blüten in der Nähe vom Wasser. Wie würde es Sinn machen? Oh, halt hier. Beutel, Beutel. So, ich habe ein paar Mobs zusammen gepullt. Oh, diese Bäume nerven so. Überall wo es Bäume gibt, nervig. Und ich habe zwei von sechs Schlickflossenbeutel. Das sind die duftenden Blüten. Einfach so bei diesem Fluss entlang. Gut, dann töte ich diesen Mobs. Kein weiter in der Nähe. Leider kein Beutel. Und man sieht, diese duftenden Blüten sind ziemlich reichlich vorhanden. Auch so Salamander wechseln. Weichere ich ein bisschen aus. Drei von acht Blüten. Und fünf von acht. Hm, jetzt sind keine mehr da. Ich habe doch gerade noch gesagt, das sind voll viele Blüten. Und jetzt, ah, da hinten. Ah, ich laufe mal zu der da hinten. Und man sieht, die können auch teilweise ein bisschen außerhalb vom Questgebiet sein. Beziehungsweise nur noch so knapp drin. Sechs von acht. Da war doch auch noch, weißt du denn nicht? Anscheinend nicht. Hier sind noch Blüten. Eventuell sind sie auch alle aufgesammelt und müssen jetzt nachspawnen. Da ist noch eine. Ich gebe nochmal die Map mit dem Questgebiet. Mit den beiden Questgebieten. Die letzte Blüte. Und dann fehlen mir nur noch die Beutel. Da muss ich einfach Mops töten. Ich glaube, das bekomme ich hin. Ah, schaut mal. Ich wusste es doch, da ist jemand am Questen. Kann ich den mitziehen? Ah, jemand hat ihn getötet. Immer wieder toll, wenn die anderen Spieler auf die Mobs one-hitten. Und selbst kommt man nicht mehr dran zum Draufhauen. Nochmals zwei Beuteln. Sehr cool. Hallo, mein Mob. Ein Beutel. So. Damit sollte ich die Quest-Items haben. Jawohl. Schattenmimik. Dann kann ich aufmounten. Wunderbar. Und jetzt geht's zum Abgabe-NPC. Quest ist abzugeben bei Bernhard aus dem Schilf. Auf den Ebenen von Onara. In dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniert-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.